David für die Espressogeeks hier und heute gibt es mal was anderes von uns zu sehen. Das hier ist kein Chemie-Experiment, sondern das ist eine Kona. Die habe ich schon einmal vorgeheizt. Und zwar ist das ein Vakuum-Kaffee-Zubereiter. Dazu gehört ein Trichter, der oben reingesteckt wird. Heißes Wasser kommt unten rein, es zieht hoch, aber bevor ich das alles theoretisch zeige, zeige ich das auch lieber praktisch. Ich habe Wasser einmal aufgekocht, damit wir es direkt heiß haben, sonst dauert es etwas lange. Fülle das hier ein. Da solltet ihr nicht zu viel Wasser nehmen, weil ihr sonst in einen Siedelstau kommen könntet. So, anschließend kommt der Trichter oben drauf. Einfach leicht fest drehen. Ich drehe immer einfach nur im Uhrzeigersinn. Und was sie dann als nächstes machen, ist einfach diese Kerze da drunter setzen. Das ist einfach eine Kerze, die mit Lampenöl betrieben ist. Anschließend warten wir, dass uns das Wasser direkt hochkocht. Das dürfte relativ schnell geschehen, weil wir unten schon kochendes Wasser drin hatten. Und was jetzt geschieht ist, das Wasser geht durch den Trichter hier hoch in den oberen Behälter hinein. Dort geben wir nachher den Kaffee hinzu und lassen das Ganze ziehen. Und dann ziehen wir unten die Hitze weg. Unten kühlt es sich wieder ab. Und der Kaffee wird dann, weil die kalte Luft sich zusammenzieht, durch ein Vakuum heruntergezogen. Der Filter hält aber den ganzen Kaffeebrütt oben. Und ich zeige mal, wie es von oben aussieht. Wie ihr seht, füllt sich das hier schon alles mit Wasser. Das ist schon Wasser hier. Es geht relativ schnell, wenn man das Wasser vorgeheizt hat. Wenn man das Wasser nicht vorheizt, dauert es relativ lange. Deswegen empfehle ich euch dringend, das Wasser vorzuheizen. Und warum wir den Kaffee nicht schon vorher hineingeben, ist ganz einfach, weil sonst der Kaffee zu lange im Wasser ziehen würde. Das heißt, er würde dann natürlich viel zu stark werden. Und daher warten wir ab, bis das Wasser hochgezogen ist. Und dann geben wir den Kaffee hinzu, lassen ihn in drei Minuten ziehen und nehmen dann die Hitze weg. Was passiert ist, weil wir unten mit offenem Feuer arbeiten, es rust etwas an. Das ist aber überhaupt gar kein Problem. Das kann man einfach wieder abwaschen von außen. Dafür ist es auch ausgelegt. Tatsächlich ist die Kona eine sehr alte Kaffeemaschine. Oder was heißt alt? Sie war vor allem in den 70er Jahren sehr beliebt. Dieses Modell stammt von Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Hier arbeiten wir mit einem Baumwollfilter auf einem Metallfilter. Es gibt auch ein Modell, das komplett aus Glas besteht, dass dann ein Glasstab hier drin hat. Und da hat man natürlich den Vorteil, dass man überhaupt gar keine Geschmackskontamination in dem Sinne hat, weil nur Glas an den Kaffee kommt. Hier haben wir halt noch den Baumwollfilter drin. Aber das ist okay, den schmeckt man jetzt auch nicht so stark. Wichtig ist, dass man den halt ordentlich auswäscht und regelmäßig reinigt und eventuell austauscht. So, was wir jetzt sehen, ist, dass das Wasser von unten relativ komplett nach oben gezogen ist. Wir werden immer einen kleinen Rest unten haben, der nicht nach oben ziehen kann. Das ist einfach aufgrund der Physik so geschuldet. Was wir jetzt machen, ist, wir geben den Kaffee hinzu. Den haben wir natürlich vorher abgemessen. So. Und verrühren dann alles. Wichtig ist, nicht zu stark zu rühren, weil ihr sonst den Temperaturunterschied aufhebt, der nachher wichtig ist, damit wir den Kaffee wieder runterkriegen. Wir lassen das jetzt ein wenig ziehen. Was dabei jetzt geschieht und warum ich immer wieder durchrühre, ist einfach, damit der Kaffee wirklich komplett mit dem Wasser in Berührung kommt. Das Schöne bei dieser Zubereitungsart ist, das Wasser oben hat eine sehr konstante Temperatur von etwa 96, 97 Grad Celsius. Dadurch haben wir eine sehr konstante Extraktion des Kaffees, was bei anderen Filtermaschinen zum Beispiel nicht der Fall ist. So, jetzt haben wir das hier ein wenig ziehen lassen. Was nun gemacht wird, ist relativ einfach. Ich rühre noch einmal sachte um und ziehe die Hitze unten weg. Einmal ausmachen und jetzt zieht der Kaffee hier runter. Einmal näher ran, damit man es sehen kann. Ja, der Kaffee zieht jetzt wunderbar nach unten. Und wenn ich es gut gemacht habe, haben wir hier gleich genau so. Wir haben unten jetzt den Kaffee und oben ist nur das Kaffeepulver oder das Filtrat übergeblieben, dass sich durch den letzten Rührer natürlich in einer schönen Form oben angesammelt hat. Was wir jetzt hier haben, ist ein wunderbarer schwarzer Kaffee. So, wir ziehen den Filter oben einfach ab und haben jetzt hier wunderbaren schwarzen Kaffee, der sehr, sehr heiß ist. Also da muss man wirklich sehr vorsichtig sein, weil das wirklich gerade noch kochendes Wasser war. Anders als bei anderen Kaffees arbeiten wir hier mit sehr hohen Temperaturen und von daher kann ich nur empfehlen, den etwas abkühlen zu lassen. Ich würde den aber sehr schnell servieren. Ich hole mal hier eine Tasse. Das Schöne ist, einfach an den Griff halten und hier haben wir unseren Kaffee. Wie gesagt, wir arbeiten hier mit dem Siphonverfahren. Das heißt, das Ganze funktioniert über Vakuum. Das zieht alles runter. Wir haben einen sehr schönen Kaffee und manche Experten behaupten, das wäre die beste Art Kaffee zuzubereiten über einen Filter. Ich bin von dem Geschmack relativ begeistert. Da muss man aber darauf achten, dass man die richtige Menge an Kaffee nutzt und vor allem auch darauf achten, dass man den nicht zu lange ziehen lässt, also den Kaffee erst im Nachhinein hinzugeben. Solltet ihr das schon mal probiert haben, solltet ihr die eigene Erfahrung gemacht haben, lasst einen Kommentar da, sagt uns, wie ihr das findet. Solltet ihr Interesse daran haben, wie es funktioniert oder wo ihr die Sachen findet, lasst einen Kommentar da. Fragt uns einfach. Abonniert gerne unseren Kanal. Ihr findet bei uns alles zu Kaffee, Rezepte, Tests und so weiter. Das war David für die Espressogeeks und ich wünsche noch einen schönen Tag.